Benghazi wird angegriffen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Der Botschafter ist in Gefahr. Schicken Sie uns rein. Sie sind nicht unsere erste Option. Sie werden warten. Fahrrad, wir müssen los. Wir haben keine Befugnisse in diesem Land. Wir dürften nicht einmal hier sein. Die Zeit läuft. Nicht eingreifen! Wenn Sie nicht bald hier sind, werden wir alle sterben. Keiner von euch muss das tun. Aber wir sind die einzige Hilfe, die Ihnen noch bleibt. Wir gehen rein. Wir sind auf dem Gelände. Auf dem Dark! Lasst mich nicht zurück! Liegen unter Scheren im Beschuss! Chief. Erwarten wir Verbündete? Ich weiß von keinen Verbündeten. Lasst sie kommen. Lasst sie kommen. Das, was sie jetzt tun, entscheidet darüber, ob wir leben oder sterben. Solange ich das Richtige tue, wird Gott für mich sorgen. Wenn Sie keine Luftunterstützung schicken, werden Menschen sterben. Auch ich befinde mich in Gefahr. Sie geben keine Befehle mehr. Das hier ist meine Welt. Ich habe heute Nacht nicht einmal an meine Familie gedacht. Jetzt denke ich an sie. Hier oben, mitten in dem ganzen Wahnsinn. Blech um! Schneid das Schweine! Ich denke an meine Mädchen. Hier rüber! Ich komme aus der Serie. Ich komme aus der Serie. Ich komme aus der Serie. Ich bin aus der Serie. Das ist schwerer. Bitte?